Hallo Freunde! Herzlich Willkommen zurück zu Borderlands! Hoppla! Mann, das Ding ist echt ungenau, also Wahnsinn! Okay. Wollen wir mal irgendwo hin. Da hat mir doch was anderes vor. Genau! Okay. Na ja, wir haben unser Mörder-Hyperion-Sniper. Okay. Noch nicht so genau. Oder ich schieße einfach schlecht, das kann auch sein. Hä? 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 Was ist das? Noch nicht ganz, hä? 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 Der verrückte Earl. Banditenkin. Alles klar. Hä? 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 Ihre Panzer hilft nicht so viel gegen Säure. Okay. Okay, bei dem ist das natürlich blöd, weil er selber Säure-Typ ist. Hä? 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 will er, ey, gleich erledigts. So viel zu knallhart. Wohl doch nicht ganz so hart. Okay. Ist auch dort. Gut. Dann bleiben wir erstmal da. Mit ein paar Banditen wären wir auch fertig. Uh, Waffen. Ah, Level 22er Jacobs, die es nicht mal annähernd mit uns raufnehmen kann. Du willst eine Jacobs sein, also Hyperion. Deutlich besser aktuell. Hoppla. Interessant. Also nicht ganz funktioniert euer Hinterhalt. Okay. 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 Oh, da hat er aber eine starke Waffe. Oder... Pennen wohl alle noch. Okay. 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 Ist da nicht noch irgendwo eine Waffenkiste zu sehen? Ah, da ist einer. Pistolen. Und Revolver. Die haben wir leider alle nichts taugen. Okay. 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 Und dann in der. Und dann in der. Die sind. Die sind. Okay, das geht hier. Aber dafür hier. Da dachte ich mir, dass es zwei von denen sind. Oh, wir sind voll. Mist. Und kein Automat in der Nähe, um Dinge zu verkaufen. Ja. 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 Das ist noch einer. Na ja, das ist nicht sonderlich effektiv, muss man schon sagen. Das lösen sich in Borgefein auf. Woho. Alter. Ja. 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 Was ist das jetzt? Das haben wir auch. Irgendwas. Irgendwas. Oh, oh. Shit, 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 shit. Shit, shit, shit. Yeah. Wie schmeckt ihr das? Oh, das ist von da oben. Okay, sorry. Oh, das ist von da oben. Okay. Okay. Oh, das ist auch noch einer. Sniper. Aber schlecht. Oh, das ist von da oben. Ja. Okay. 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 Oh, hä? Oh, hä? Oh, hä? Oh, hä? Oh, hä? Oh, hä? Ah, Moment mal. Oh, hä? Oh. Vielleicht haben wir doch noch Glück. Ah, vielleicht auch nicht. Gibt's die Automaten hier? Woho! Ich seh hier leider trotzdem keine Automaten. Hey Kumpel! Okay! Okay! Wo müssen wir da hin? Da gleich, okay. Oh, das wird wohl da oben sein. Der sieht wohl nichts aus, das hat man ja hier. Okay. 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 Was ist das? Gut, dass wir eine Säure-Waffe haben. Ein Jacobs. Wie schmeckt dir das? Ist das Ding was wert? Nicht viel. Nicht weniger, aber nicht viel. Also gut, gegen die Spider-Rand sind Säure-Waffung sehr gut. Granaten werfen kann ich auch. Was ist das Ding? Was ist das Ding? Granaten! Das hat die Musik. Aber eine Schrotflinte. Alles klar. Leider waren hier noch immer keine Dings zum Verkaufen. Keine Stände. Das ist zwar sowieso alles Schrott. Alter, 19.000. Was ist hier wenig wert? 1.000? 800? 700? 400? Schlagen wir doch lieber hier zu, auch wenn das Ding Schrott ist. Wie geht das? Hey, bitte schön. Speicher-Upgrade. Ach, stell dir mal nichts zu an. Ach du Scheiße. Part ist zu Ende. Bringt uns der wohin? Das sieht irgendwie so aus. Ja. Alles klar, dann war´s das wohl hier soweit, der bringt uns hier nirgends hin. So, na gut Freunde, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Das nehmen wir dann noch mit. So. 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 So.